Deine Freiheit zeigt, wie aufrecht du stehst. Freiheit ist ein Begriff, der uns auf viele Arten begegnet. Doch oft bleibt seine tiefere Bedeutung verborgen. Was bedeutet es, wirklich frei zu sein? Geht es nur darum, alles tun zu dürfen, was man will? Oder liegt wahre Freiheit darin, den Mut zu haben, nach den eigenen Überzeugungen zu handeln, selbst wenn der Wind des Wandels kräftig weht? Freiheit im persönlichen Leben bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen, unabhängig von äußeren Zwängen. Doch diese Freiheit ist oft trügerisch. Soziale Normen, Erwartungen und der Vergleich mit anderen können uns einhängen, ohne dass wir es merken. Wahre Freiheit zeigt sich, wenn wir den Mut finden, uns selbst treu zu bleiben, trotz all dieser Einflüsse. Es ist die Fähigkeit, aufrecht zu stehen, auch wenn das bedeutet, den Weg gegen den Strom zu wählen. In der Arbeit bedeutet Freiheit mehr als nur die Wahl des Berufs oder der Arbeitsweise. Es geht darum, berufliche Erfüllung mit dem Privatleben in Einklang zu bringen. Doch sind wir wirklich frei, wenn die Arbeit unser Leben bestimmt? Wahre Freiheit im Beruf zeigt sich, wenn wir Grenzen setzen, Prioritäten erkennen und ein Gleichgewicht finden zwischen Arbeit und Wohlbefinden. Eine Freiheit, die oft Mut erfordert, besonders in einer Welt, die uns ständig zu mehr Leistung drängt. Im gesellschaftlichen Kontext ist Freiheit sichtbarer, aber auch zerbrechlicher. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, politische Teilhabe, all das sind Grundrechte, die uns die Freiheit geben, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Doch gesellschaftliche Freiheit endet dort, wo die Rechte anderer beginnen. Sie verlangt Verantwortung, um das Gleichgewicht zwischen individueller Autonomie und dem Gemeinwohl zu wahren. In all diesen Bereichen ist Freiheit kein fester Zustand, sondern ein Prozess. Sie erfordert Selbstreflexion und das ständige Streben, die eigene Freiheit in Einklang mit der Freiheit anderer zu bringen. Heute und zu jeder Zeit zeigt deine Freiheit, wie aufrecht du stehst, in deinen Entscheidungen, deinen Werten und der Fähigkeit für das einzutreten, woran du glaubst. Wahre Freiheit beginnt im Inneren. Sie ist die Kraft, trotz aller äußeren Einflüsse, den eigenen Weg zu gehen und die eigenen Überzeugungen zu leben. Sie fordert Mut, besonders in einer Welt, die sich ständig verändert. Doch nur wer aufrecht steht, kann in dieser Welt wirklich frei bleiben. Gestern, heute und zu jeder Zeit.